Ich darf euch herzlich willkommen heißen zu diesem schönen, ausgiebigen Open-Source-Container-Management-Plattform-Video mit dem Namen, ja, einmal Portainer als Full Curse für euch. Wir gehen einmal über dieses ganze Tool Portainer einmal durch. Zumindest das, was ihr so im täglichen Gebrauch bei euch im Homelab, ich habe hier schon eine Kiste neben mir stehen, im Homelab so braucht, von wegen Updaten, Createn, Docker Compose, was kann ich sonst noch mit Portainer machen, was brauche ich halt eben vielleicht in meinem täglichen, monatlichen, halbjährlichen Check und so weiter und so weiter und was muss ich halt eben beachten. Ich glaube, was diese ganze Containerisierung ist, das muss ich dir nicht erklären, deswegen bist du sonst nicht hier und willst gerne wissen, was halt eben Portainer ist. Doch trotzdem möchte ich in diesem Full Curse so ein bisschen dort ansetzen, dass wir zumindest einmal gemeinsam die Grundlage schaffen, damit ihr auch seht, wie man Portainer quasi installiert und natürlich auch gleichzeitig dann gleich upgradet. Wir fangen an mit der Installation, wir machen es uns jetzt erstmal hier wirklich sehr, sehr einfach, installieren hier einfach Docker, ich sehe schon ein Curl fehlt dem Kollegen hier, installieren jetzt wirklich Docker einmal Plainer hier runter, da gibt es ein schönes Installation Script von Docker, was wir uns einfach hier zunutze machen und das nutzen wir jetzt hier auch einfach, er hat natürlich Sudo auch nicht viel drauf, macht nichts. So, ihr seht, das Installation Script ist relativ einfach, installiert aber gleichzeitig direkt die neueste Installation von Docker und packt das ganze Thema Docker auch in unsere Paketquellen rein. Das seht ihr hier, dass ihr halt eben diese Paketquellen mit dem GPG-Key sich jetzt ins System gezogen hat und dadurch dann jetzt halt eben wirklich Docker immer mit der neuesten Version hat, indem ihr jetzt in Zukunft einfach nur ein Update macht und dann in dem Zuge natürlich Docker abgefragt wird, gibt es da irgendwas Neues und nicht die olden Debian oder Ubuntu-Paketquellen angefragt werden, sondern halt eben das offizielle Repository von Docker. Also wenn ihr ein Update von Docker alleine machen wollt, einfach nur ein Update, da holt ihr sich halt eben die Paketquellen und anschließend ein Update, dann werden halt eben die entsprechenden Pakete sowie unter anderem Docker geupgradet. Docker haben wir jetzt laufen, jetzt kommen wir schon zum allerersten Thema. In der Regel würdet ihr jetzt natürlich mit eurer ganzen Containerisierungsfarben jetzt hier loslegen und würdet vielleicht sagen Docker Create und würdet halt eben anfangen, jetzt irgendwelche Container auszurollen, vielleicht noch mit einem Docker Volumes und so weiter oder Docker Volume und so weiter und so weiter, aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Wir wollen das Ganze ja mit einer GUI, mit einer grafischen Oberfläche Browser-Based mittels Container halt eben machen und deswegen installieren bzw. rollen wir uns jetzt ganz einfach den Portainer-Container aus. Auf der Webseite erwartet uns direkt hier so ein kleiner Schlag ins Gesicht, wo wir eine Frage gestellt bekommen, wir wollen Portainer eigentlich installieren, aber er fragt uns, was wollen wir denn installieren? Wir haben hier die Möglichkeit zwischen der Community Edition, der natürlich frei ist und die ich euch auch erstmal grundsätzlich empfehle. Ihr könnt aber auch die Business Edition installieren, denn ihr bekommt für euch HomeLab-Leute bis zu drei Nodes, wenn man das Ganze im Cluster laufen lässt. Bekommt man sogar die Business Edition ganz normal kostenlos, ihr braucht euch nur registrieren, dann bekommt ihr per E-Mail wirklich ganz einfach nur einen License-Code zugeschickt und den könnt ihr dann da einspielen. Zeige ich euch aber auch gleich, wo das Ganze geht. Wir sagen jetzt hier einfach mal install Portainer, wir sagen hier wirklich set up a new Portainer Community Edition Installation und was wir wollen, wir wollen hier standard einfach eine Standalone-Maschine haben. Das heißt wirklich nur die eine Maschine, wie hier mein kleines Barebone, was hier neben mir steht, nehmen wir das Ganze hier als Standalone. Und dann fragt er uns noch, wo installiert ist das? Ist das ein Linux? Ist das irgendwie ein Docker, ein Desktop-System? In der Regel haben wir ja so einen kleinen Home-Server hier zu Hause, das heißt wir sagen hier einfach Docker on Linux. Auch das alles überspringen wir jetzt erstmal, denn wir brauchen lediglich zwei kleine Kommandos, um dieses Thema überhaupt auszurollen. Ausrollen machen wir das Ganze hier einfach mit einem Docker-Volume, denn wir wollen ja, dass unsere ganzen Einstellungen und Settings, die wir in Portainer halt haben, wirklich persistent sind. Das ist ein ganz wichtiges Wort, persistent sind. Persistent bedeutet nichts anderes als, dass nach einem Neustart wieder da sind, denn ihr wisst, Docker-Container sind, wenn sie halt keine Verknüpfung zum Hauptbetriebssystem mittels Volumes oder Mountpasses haben, sind Container flüchtig. Ist ein Container oder wird ein Container neu gestartet, hat er keine Verknüpfung zu irgendeinem Storage, sind die entstandenen Daten, die in dem Container sind, weg. Deswegen auch in dem Fall hier, Portainer braucht natürlich ein Volume, ein Docker-Volume, wo ich halt eben persistente Daten reinknallen kann. Hier steht auch alles, was wir brauchen. Wir installieren uns jetzt einfach den Portainer-Server und da verlege ich natürlich jetzt mal zumindest ein kleines Wörtchen zu, was passiert hier überhaupt. Docker run, es startet ganz einfach einen Container. D-Detach, das heißt, er läuft im Hintergrund, hier werden ein paar Ports gemappt, da kommen wir gleich noch zu, mit dem Namen Portainer und Restart-Always, das heißt, ihr restartet euer System hier einfach und es wird jederzeit einfach wieder neu angestartet. Und dann kommt hier jetzt so mit das Wichtigste, das ist hier die Verknüpfung zwischen eurem Docker, zwischen eurem Docker-Service und halt eben dem Service, dem Portainer, damit der mit dem Docker-Service allgemein, den Portainer, hat ja mit Docker erstmal nichts zu tun, sondern der nimmt sich halt eben die Schnittstelle, den Sockel vom Docker und kann dann darüber kommunizieren. Als letzten Point wird hier einfach das Volume Portainer Data, was wir gerade erstellt haben, eingehängt und wir wählen uns den Portainer Community Edition in der Latest Version aus. Er macht jetzt nichts anderes, dass ihr wirklich, ihr seht es gerade live, das Portainer aus dem Docker-Hub herunterlädt, neueste Version, versteht sich von selber. Wir haben ja gesagt, hier hinten Latest und dann den Docker-Container einfach startet. Schauen wir uns an, einfach mit einem Docker-PSA. Da seht ihr auch hier schön, das Fenster ist ein bisschen klein, das mache ich aber extra, damit ihr alles seht. Der Container läuft seit 11 Sekunden, der ist gestartet und wir können auf ihn zugreifen. Und zugreifen machen wir jetzt auch wirklich sofort als allererstes. Ich muss mal kurz herausfinden, welche IP-Adresse ich hier habe, denn mein System, was hier steht, hat die 4023 und damit gehen wir jetzt auch einfach in den Browser rein. Wir kopieren uns das, die IP-Adresse natürlich bei eurem System individuell. 9443, ganz wichtig, vorne noch ein HTTPS, weil Portainer bringt halt direkt standardgemäß Default einfach irgendwelche Self-Signed-Zertificates mit. Das heißt, wir greifen natürlich verschlüsselt darauf zu. Bei der Erstinstallation fragt er uns natürlich nach einem Benutzernamen, Passwort. Ich gebe jetzt hier bei mir einfach mal in meinem Falle Test1234 an, was ihm einfach nicht reicht. Er will mindestens 12 Characters haben. Gut, ich habe jetzt einfach mal ein längeres Passwort gewählt. Ihr müsst auch 12 Characters sagen und Create User. Und schon stehen wir hier ganz normal im Quick-Setup drin. Und das machen wir jetzt auch noch, bevor ich euch den Upgrade-Weg zeige. Das ist auch ein ganz wichtiger Weg. Dieses Tool Portainer, weil der wird euch zwischendurch und häufiger sagen, ey, es gibt eine neue Version. Und dann stellt man sich mal die Frage, wie mache ich denn darauf ein Upgrade überhaupt, weil das ist ja ein Container. Zeige ich euch aber gleich. Wir brauchen jetzt hier erstmal nur sagen, get started. Und dann seht ihr auch schon, es gibt ein Environment bereits. Das seht ihr auch da. Das ist relativ klein. Ich scroll mal näher dran, dann kann man viel mehr erkennen. Und da sieht man auch schon so ein paar Details. Wir gehen trotzdem als allererstes hier erstmal auf bearbeiten und edit. Und benennen das Ganze natürlich erstmal. Wir sagen jetzt hier einfach mal Homelab, dann können wir damit mehr anfangen. Warum benarben wir das Ganze? Ist relativ einfach. Denn ihr könntet eigentlich mit einer Portainer-Instanz, die wir jetzt hier betreiben, könnt ihr sehr viele Docker-Environments, Kubernetes-Environments, könnt ihr halt eben damit auch aus der Ferne, könnt ihr damit ganz normal verwalten. Also ihr müsst nicht überall immer Portainer neu installieren, sondern ihr könnt euch auch eine Portainer-Instanz ausrollen für viele einzelne kleine Docker-Kubernetes-Umgebung. In unserem Fall, das haben wir eben schon gelernt, verbinden wir uns hier ganz normal mit einem Socket. Ich empfehle euch hier definitiv, auch bei euch im Homelab, einfach unter Public-IP diese lokale IP-Adresse einzutragen, die euer System hat. In meinem Fall jetzt hier die 4023. Das erleichtert euch einfach nachher, wenn ihr die Container anklickt, dann werdet ihr nämlich direkt auf diese IP-Adresse weitergeleitet. Ganz normal eure tägliche Arbeit. So, wir drücken jetzt auf Update-Environment. Damit ist das Ganze zumindest benahmt. Wir können das Ganze identifizieren. Wir sehen, welche Version, wir sehen auch, über welche Ebene, in dem Falle mit dem Docker-Socket, ist wir halt eben verbunden und so wird das ganze System verwaltet. Wenn wir jetzt da draufklicken, kommen wir natürlich auch in dieses System rein und wir sind jetzt erstmal komplett betriebsbereit. Aber ich habe euch ja gerade gesagt, ich will euch direkt nach der Installation zumindest einmal den Update-Upgrade-Weg zeigen. Auch der ist relativ einfach beschrieben, wenn man sich halt eben so ein bisschen an diese Standard-Anleitung hält. Denn ihr seht schon, auch das ist von Portainer direkt vorgegeben. Man soll hier nichts anderes machen, als den Portainer sozusagen stoppen. Entschuldigung, das ist die Anleitung hier oben. Den Portainer einfach stoppen. Einfach gnadenlos den Container löschen, also den Portainer-Container löschen, mit einem ganz normalen RM. Dann wird hier wirklich die neue Community Edition einfach mittels Latest-Version geladen und dann halt eben einfach wieder erstellt. Ich mache es natürlich jetzt für euch, damit wir es auch wirklich einmal live gesehen haben. Einmal kurze Kontrolle. Die Kiste steht da. Die Kiste hat den Namen Portainer und wir machen jetzt hier wirklich nichts anderes, dass wir hier sagen, bitte stoppe mir meinen Portainer-Container. Kontrollieren wir einmal. Wenn ich jetzt hier F5 drücke, hier passiert nichts mehr. Hier ist alles tot. Und wir gehen weiter in der Anleitung mit dem Thema, wir löschen auch komplett den Container. Keine Sorge, ihr löscht nur den Container. Das, guckt mal hier, Docker-Volume-LS, äh, Docker-Volume, nicht Dash-SS, sondern Docker-Volume-LS, gibt ja noch unsere Daten her, Portainer-Data. Und mehr müssen wir nicht machen. Unsere Daten sind noch da, der Container ist weg. Da unsere Daten da sind, müssen wir den Container nur recreten und das machen wir hier einfach wieder mit unserem selben Docker-Run-Befehl. Ist ja derselbe wie vorher auch. Einfach wieder ausführen. Docker, PSA und schwuppdiwupp ist unser Portainer in der neuesten Version wieder online. Keine Sorge, wenn ihr irgendwelche anderen Container währenddessen laufen haben solltet, die sind davon völlig unbetroffen, weil Portainer ist ja nur eine Verwaltungssoftware. Die Container, die auch, und wenn ihr hunderte von Containern dann laufen habt währenddessen, die sind davon nicht betroffen. Die laufen einfach gnadenlos weiter, doch die müsstet ihr natürlich dann auch irgendwann upgraden. Damit können wir jetzt zumindest nach diesem Upgrade sagen, wir sind hier soweit fertig, wir sind auf der neuesten Version. Das heißt, wir wollen jetzt endlich anfangen, mit Portainer zu arbeiten. Ich bin wieder eingeloggt und jetzt werde ich euch erstmal zumindest einen groben Überblick verschaffen, aber auch nur das, was ihr wirklich für eure eigenen vier Wände vielleicht regelmäßig braucht und was man halt zumindest verstehen muss, wo finde ich was, wo kann ich halt eben was machen. Darum geht es ja hier. Also, ihr klickt eure Umgebung an, die haben wir gerade so benahmt, HomeLab und dann habt ihr hier auf der linken Seite wirklich alle Informationen zu dieser Doktorisierungsumgebung, zu dieser Containerumgebung. Ich sagte ja eben bereits, ihr könnt mehrere hinzufügen. Ihr bekommt an der ersten Übersicht natürlich erstmal gesagt, okay, was habt ihr denn überhaupt für ein System, was läuft da drauf, wie viel Gigabyte, wie viele Kerne und so weiter. Aber das ist, glaube ich, erstmal gar nicht das Wichtigste. Mittels, das erste, was ihr braucht, sind natürlich eigene Container. Deswegen jetzt nicht wundern, warum ich mittendrin anfange, aber es macht einfach aus der Erklärung Gesichten Sinn, wenn wir dort wirklich anfangen, was ihr als allererstes braucht. Häufig werdet ihr sozusagen über die Begrifflichkeit Docker-Compose, bei Proteiner halt eben Stacks genannt, werdet ihr drüber fallen. Wenn ihr zum Beispiel, jetzt ich zeige euch mal ein Beispiel, hier ein AdGuard euch installieren wollt, das werden wir jetzt gleich auch ganz normal nehmen, dann werdet ihr ganz häufig im Internet über Docker-Compose-Files fallen. Ich zeige euch zum Beispiel mal eins, hier auf meinem anderen Desktop habe ich eins versteckt für Docker-Compose, da werdet ihr, egal wobei, egal was, da werdet ihr regelmäßig drüber fallen. Das hier ist ein Docker-Compose-YAML-File. Sozusagen werden mehrere Container, in dem Fall ist es jetzt nur einer, werden mehrere Container in einer Datei zusammengefasst, also mehrere Services, wo ein Container drin hängt, dem ein Image gehört und ganz viele Einstellungen hat, werden in der Regel, und das werdet ihr überall finden, als Docker-Compose-File halt eben zusammengefasst. Häufig müssen ja Container miteinander zusammenarbeiten und das macht man halt eben mit so einer Datei und wir nutzen jetzt diese hier auch einfach mal, kopieren uns alles, was wir hier stehen haben, wie gesagt, das werdet ihr überall finden und werden jetzt damit ein Stack ganz normal bilden, beziehungsweise Docker-Compose. Ich nehme extra mal beide Wörter in den Mund, weil es ist halt einfach einfacher, wenn ihr da draußen im Internet unterwegs seid und einfach mal was seht. Deswegen sagen wir hier einfach mal AddStack, geben dem Ganzen einfach auch einen Namen, sagen hier natürlich auch einfach mal AddGuard, das ist Field Must Content Lower, okay, AddGuard, er will, dass ich das klein schreibe. Und wir posten jetzt wirklich einfach mal das, auch das, was ihr natürlich irgendwo vielleicht im Internet gefunden habt, ganz wichtig, kopiert nicht einfach wahllos was rein, zumindest nachdenken, was da drin steht. Kopieren wir hier rein und haben jetzt hier wirklich nichts anderes drinstehen als, starte mir doch bitte einen Container namens AddGuard in der Version Latest, füge mir entsprechende Port Maps hinzu, um halt eben diesen Container betreiben zu können. Und auch hier nochmal ganz wichtig, für unsere persistenten Daten, erstelle uns bitte zwei Volumes, beziehungsweise mappe uns diese zwei Volumes. erstellt werden die zwei Volumes hier mit Zeile 21 bis 23. Wir gehen jetzt erstmal weiter im Fahrplan und sagen hier unten, Deploy the Stack, damit wird jetzt wirklich die ganze Konfiguration aus dieser YAML-Datei rausgelesen. Die Docker-Container AddGuard wird heruntergeladen aus dem öffentlichen Repository und halt alle Container, die da drinstehen, in unserem Falle jetzt nur einer, werden halt gesammelt in diesem Stack, halt eben dann ganz normal ausgerollt. Deswegen kann man jetzt hier auch auf den Stack draufklicken, man bekommt über den Stack gesammelte Informationen, was ist denn überhaupt drin, 20 Container, 10 Container und so weiter und so weiter. In unserem Falle seht ihr gerade ein Container und halt eben dieser Container AddGuard. Ich wechsle jetzt extra mal an die Ansicht der Containers, denn da seht ihr nämlich alle und da seht ihr auch, dass hier zum Beispiel der Container AddGuard, den wir hier gerade kreiert haben, in einem Stack drin ist. Das ist einfach für eure Zuordnungsbarkeit. Da gehen wir jetzt natürlich auch gleich drauf ein. Jetzt gehen wir aber als allererstes erstmal in diese Settings vom AddGuard rein. Ihr seht jetzt schon mal alle Informationen von eurem Container. Alles das, was ihr euch mühselig immer hier über die Konsole mit Docker, PSA und sonst was halt eben alles erarbeiten müsstet und hier irgendwie mühselig rauslest, fasst der halt eben alles für euch jetzt grafisch zusammen, zeigt euch das an. Ihr seht auch von wegen, wann ist der created worden, wann ist der das letzte Mal irgendwie gestartet worden. Ihr seht halt eben alles. Aber natürlich auch die einfachsten Sachen, wie einfach Stop, Kill, Restart, Pause, ganz einfach. Manchmal will man einfach ein System mal neu starten oder man möchte einfach mal einen Container neu starten, weil da läuft irgendwas gerade nicht mehr drin rund. Dann macht man es halt einfach schnell über die Buttons. Das Ganze kann man natürlich auch hier über die Übersicht machen. Braucht man einfach nur markieren und dann hat man hier oben auch direkt mit Mehrfachauswahl, Container starten, stoppen, wie auch immer entfernen oder halt eben auch pausieren. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass ich vorhin mal sagte, tragt die IP-Adresse in eure HomeLab Environment für den Docker-Portainer irgendwie ein. Das ist das, was ich jetzt hier meine. Wenn ich jetzt hier mit der Maus drüber gehe, dann bietet er mir direkt an, diesen Port 443 auf diesem System halt eben zu öffnen in einem neuen Tab. Und damit wird dann halt eben auch direkt dieser App-Guard gestartet. Da ist jetzt gerade noch irgendwie ein Fehler. Das ist aber nicht schlimm, denn wir sind ja da, um Fehler zu beheben. Wir gucken uns das Ganze nämlich jetzt mal an. Ja, wieso, wieso, weswegen geht denn das Ganze nicht? Und was ist immer gut, wenn man irgendetwas sehen will? Logs. Und Logs findet ihr immer wieder hier über dieses kleine Log-File-Symbol. Und da kann man draufklicken und da bekommt man dann auch einfach mal gnadenlos Informationen. Glaubt mir, dieser Button ist euer größter Freund. Weil über diese Ansicht bekommt ihr auch einfach mal Informationen über den Container, weil ihr könnt da ja von außen her nicht reinschauen. Aber wenn der Container mit euch kommuniziert, über Log-Files, was eigentlich in der Regel jeder Container, den ihr so draußen ausrollen wollt, tut, dann findet ihr Informationen, und zwar hier. Also eigentlich sieht es hier ganz gut aus. Wahrscheinlich haben wir hier gerade nur irgendwie sowas wie so ein HTTPS vergessen, vermute ich mal. Also HTTPS Doppelpunkt. Mal gucken, was er jetzt daraus macht. Oder wir müssen mal diesen Port 80 aufrufen. Da fällt mir, glaube ich, gerade die Decke auf den Kopf. Er sagt mir gerade eben sogar, wenn ich HTTPS over TLS nutzen will, muss ich den Port 3000 noch mit hinzufügen und dann darüber das hinzufügen. Machen wir aber einfach zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal unter die Stacks. Da finden wir ja auch wieder unsere schöne Konfiguration. Editieren das gemeinsam. Und gehen jetzt hier einfach mal rein und sagen, Dash. Dann seht ihr auch mal schön, wie das geht. Einfach mal 3000. Slash TCP in unserem Falle. Und dann sagen wir hier unten wieder Update Stack. Update. Hier ist nochmal so ein Button von wegen Repal Image Tend Reploy. Redeploy heißt wirklich, lad dieses ganze Image mal neu runter und Redeploy das ist quasi nichts anderes als ein Upgrade von dem Docker-Image, was ihr runtergeladen habt bereits. Wir drücken jetzt hier auf Update. Er sollte uns jetzt hier nicht großartig anmeckern. Success. Und jetzt lädt er das Ganze neu runter. Und wenn wir jetzt wieder auf die Container gehen, seht ihr auch, jetzt ist hier auf einmal Port 3000 gemappt. Ein Blick schnell in die Logs. Da sieht man auch GoTo HTTP irgendetwas. Jetzt wollen wir nochmal schauen, ob er es macht. So, Port 3000, machen wir den mal einfach hier auf und schwuppdiwupp, willkommen bei AdGuard Home. Da gehen wir uns auch mal ganz kurz durch. Anfangen, tralala, machen wir alle Schnittstellen. Ist erstmal alles in Ordnung. Weiter, weiter, weiter. Benutzername, Passwort. Passwort, Benutzername eingegeben. Nochmal ein paar Informationen. Tralala, Übersicht öffnen. AdGuard, fertig. Also ihr seht schon, die Ausrollen von Docker-Containern geht eigentlich wirklich total einfach. Das ist relativ schnell gemacht. Aber darum geht es ja auch gar nicht hier, sondern wir wollen ja quasi die Administrierbarkeit bei dieser Container heute besprechen. Wir gucken noch mal ganz kurz in die Logs rein. Da seht ihr jetzt auch, dass da drin was passiert. Ihr seht wirklich, dass ich mich gerade hier connected habe, dass der halt irgendwas mit Filter gestartet hat. Er hat hier unten diese Filtering, versucht irgendwie abzudaten und so weiter und so weiter. Doch trotzdem auch eine ganz wichtige Sache bei dem Thema ist, was ist denn mal, wenn ihr innerhalb eines Containers wirklich mal was tun müsst? Troubleshooting oder was auch immer. Es gibt viele, viele Gründe, um halt einfach mal an diesen Container. Ein Container ist eine eigene Laufzeitumgebung, wenn ihr da halt irgendwie ran müsst. Dafür gibt es hier über Portainer direkt die Möglichkeit, euch in den Container rein zu connecten. Jetzt in dem Fall hier lässt ihr uns in diesen blöden Container natürlich nicht rein. Ich versuch's mal mit admin. Ne, leider nicht. Ich versuch's nochmal mit bin sh, ob der es dann darüber mit uns macht. Ja, über bin sh lässt er uns da rein. Das heißt, wir sind jetzt wirklich in dem Container drin. Also wirklich in dem Container. Das ist hier nicht unser Hauptsystem, wo wir unterwegs sind. Docker Test 1. Sondern wir sind jetzt in dem Container. Und hier können wir uns auch mal sagen, PSA. Und da seht ihr jetzt auch schon das Magic-hafte von diesen ganzen Containern. Da seht ihr wirklich nur diesen einen einzigen Prozess laufen, dass da Edgard drin läuft. Und wir uns jetzt wirklich in dem Container befinden. Ich kann jetzt auch hier zum Beispiel mal einen Netzwerkaufruf SS Tulpen machen. Gut, kann er natürlich nicht. Der ist absolut abgespeckt. Na doch, guck mal. Netzdat könnte er. Netzdat minus Tulpen kann er den vielleicht. Da seht ihr. Da sind die Ports 80, 53, irgendwie jetzt zumindest offen. Und wir können dann darüber kommunizieren. Also ihr seht, wir bewegen uns im Container. Aber das wird jetzt schon viel zu speziell hier. So weit und so tief will ich jetzt ja hier gar nicht reingehen. Wir gehen nochmal zurück zu den Containern. Denn da verbiegt sich noch ein paar mehr Informationen. Denn wenn ihr mal ein bisschen tieferes haben wollt, habt ihr natürlich erstmal den Inspect. Das heißt, ihr kriegt alle Informationen über euren Container. Aber was auch super, super spannend ist, um einfach zwischendurch zu sehen, was passiert denn überhaupt, ist natürlich hier einfach der Button namens Statistiken. Ich schalte hier oben immer ganz gerne auf eine Sekunde. Dann sieht man auch wirklich, was die Kiste macht. Und da könnt ihr jetzt wirklich explizit für den einzelnen Container sehen, was tut er denn überhaupt? Wie viel Memory, wie viel RAM verbraucht dieser einzelne Container? Was passiert auf dem Netzwerk-Interface? Das virtuelle Netzwerk-Interface von diesem Container und so weiter. CPU und halt eben IO-Usage. So kann man zumindest einmal sagen, alles klar, wer ist denn hier derjenige, der am meisten irgendwo arbeitet? Denn die eine Sache, muss ich echt sagen, fehlt leider Portainer. Einfach mal eine Übersicht meiner Container? Haben wir ja, aber auf Performance-Ebene alle mal sehen kann, okay, welcher Portainer macht denn hier gerade Bambule? Momentan muss ich jeden einzelnen Container leider Gottes selber anklicken und dann erstmal nach und nach gucken, wer macht denn hier wie viel Last? Kommt aber sicherlich von Portainer, habe ich nämlich auf dem GitHub gesehen, dass die daran arbeiten. Das war jetzt zumindest schon mal die Übersicht der Containerei. Wie gesagt, ihr könnt hier reingehen und könnt ihn auch starten, stoppen und so weiter. Viel wichtiger noch, wenn ihr einen Container einzeln erstellt haben solltet. Das könnt ihr natürlich auch über diese Container-Ansicht machen und sagt hier oben Add Container. Könnt ihr auch im Nachgang genau mit dieser selben GUI hier, könnt ihr einen Container bearbeiten. Ich zeige euch das einfach, bleiben wir einfach mal bei diesem Add Guard, auch wenn es jetzt hier sinnlos ist mit dem Stack. Klicken wir trotzdem einfach mal auf Edit und da seht ihr, ihr könnt auch einfach einen Container per Hand anlegen. Einfach einen Namen angeben, welches Image handelt sich dabei. Dann kommen hier unten schon die Netzwerk-Ports, die ihr mit eurem Host-System verknüpfen wollt. Und dann unten drunter kommen die einzelnen Advanced Container Settings. Könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir eben zum Beispiel gesagt haben, Restarte bitte immer bei einem Neustart oder jedes Mal, wenn der Container irgendwie abkacheln sollte. Das finden wir hier einfach unter der Restart Policy. Da seht ihr hier unten ganz klein, Restart Policy Always. Wenn wir uns recht erinnern, hatten wir eben in den Stacks das auch so angegeben. DeepDiver wird das ganze Thema noch viel weiter gehen, wenn wir jetzt in dieser ganzen Netzwerkschicht unterwegs sind. Aber ganz ehrlich, lasst euch nicht behelligen von diesen ganzen tiefen Netzwerksachen, die man da machen kann. Da kann man alles mögliche coole machen. Was ihr eigentlich braucht, ist normalerweise dieses Standardnetzwerk, was sich einfach oben auf diesen Host drauflegt und dann greift ihr einfach auf eure einzelnen Container einfach über die IP-Adresse eures Hosts drauf zu. Also hier in meinem Falle jetzt, ich nehme mir hier gerade das beste Beispiel, einfach hier meine kleine, mein kleines Barebone. Lasst uns einfach zur Übersichtlichkeit da drin noch ein bisschen bleiben und wir gucken jetzt einmal hier auf die Images, denn auch hier verstecken sich immer mal wieder so ein paar Informationen. Ich habe mir eben schon gesagt, ihr upgradet ja regelmäßig eure Container. Ich weiß gar nicht, ob man das in der Free-Version hier sieht. Nee, in der Free-Version sieht man es hier nicht direkt zwingend. Deswegen einmal ganz kurz in mein Environment hier, was bei mir hier zu Hause läuft. Und da seht ihr jetzt in dieser Business-Version, ich habe euch eben ja gesagt, ihr könnt diese Business-Version euch kostenlos einfach registrieren, runterladen, kriegt ein License-Key, kein Problem. Dann seht ihr hier auch so ein kleines Häkchen hier vorne vor den Images, wenn irgendein Container halt einfach mal nicht up-to-date, also auf der Latest-Version ist und sagt euch direkt, hör mal, sollen wir dann nicht mal ein Update machen? Und wenn man halt ein Update macht, jetzt gehen wir wieder zurück zu diesen Images, dann ist es nämlich so, dass halt alte Images erstmal noch so lange da bleiben. Und wenn ihr jetzt hier unter Images geht, ich glaube auch meine Umgebung ist aufgeräumt, dann würdet ihr hier einzelne Images entdecken, wo hier hinter, wo jetzt meine Maus ist, hinter diesem Namen, also hinter diesem Schar, 256 Key, wird jetzt hier stehen, unused. Dann ist dieses Container-Image zur Zeit bei euch in eurem Environment nicht in Benutzung. Das heißt eigentlich noch lange nicht, dass ihr sozusagen das nicht gebrauchen könnt, aber in der Regel, wie gesagt, wir unterhalten uns jetzt gerade in unserem Home-Lab-Bereich, ist das wahrscheinlich ein Container-Image, was alt ist und halt eben, ja, von euch nicht mehr benutzt wird. Dann ist ganz klar, wir wollen unser System sauber halten, einfach ein Klick hier drauf und dann hier oben einfach Removen. Aber natürlich nur, wenn es halt unused ist, mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier sage, Remove, Removing Inble All to Delete Associate Text, mal gucken, was passiert, er meckert mich hier oben an, Konflikt Unable to Delete Image ist at the moment in use. Also wird natürlich momentan benutzt. Derselbe Weg passiert halt eben mit diesen ganzen Volumes, wenn ihr viele Container hin und her anlegt, man ein Docker-Volume anlegt, das vielleicht nicht mehr nutzt, passiert das hier genau auf demselben Wege, das hier hinter, hinter dem Namen des Volumes einfach auftaucht, unused, da kann ich euch nur empfehlen, guckt euch genau an, was ist das Ganze, aufräumen, einfach draufklicken und dann löschen. In der Ansicht hier verbirgt sich aber noch etwas ganz, ganz Spannendes, was ihr wahrscheinlich in Zukunft auch immer mal wieder gebrauchen werdet. Häufig werdet ihr vor der Situation stehen, dass ihr in irgendwelchen Konfigurationsdateien eurer Docker-Applikationen irgendwas verändern müsst oder wollt, in irgendeiner Konftdatei, in irgendeiner YAML-Datei und das müsst ihr halt dann in den meisten Fällen über die Konsole machen. Dann kann ich euch schon mal den guten Rat geben, ihr werdet die Docker-Volumes immer unter einem bestimmten Pfad finden und der stand hier gerade, Valib-Docker-Volumes und da müsst ihr dann auch hin navigieren. Das ist schon mal wichtig zu wissen, bevor ihr euch einen Toten sucht. Also, wenn ihr irgendwas mal suchen solltet an Volumes, findet ihr immer unter Valib-Docker-Volumes, dann gibt es hier sozusagen den Namen, zum Beispiel in unserem Falle jetzt mal hier der Portainer-Data. Da drin verbirgt sich immer dieser Ordner Underscore-Data, keine Ahnung, ist halt von Docker so. Jetzt gehen wir mal da rein und gucken mal rein, was uns halt eben Portainer bereits angelegt hat. Da seht ihr jetzt das, was ich euch eben sagte, Portainer legt natürlich persistente Daten ab in einem Docker-Volume und da sind diese Daten. Ich sehe da gerade einen schönen Docker-Compose-Ordner. Lasst uns da einfach mal reingehen. Ich bin jetzt mal stark interessiert. Der Ordner heißt 5, sehe ich gerade. Docker-Compose-YAML, eigentlich gibt es nur eins. Lasst uns mal reinschauen. Docker-Compose. Na, kommt euch diese Konfiguration bekannt vor? Genau, also Portainer arbeitet quasi mit denselben Befehlen, wie untenrum gearbeitet würde und ihr seht, das ist unsere Konfiguration, die wir eben selber per Hand hier in den Stacks hinzugefügt haben und Portainer macht nichts anderes als unsere Eingaben auch als, ja, Datei sozusagen wirklich Direct-Direct-Raw zu speichern, um die dann halt auch auszuführen. Na, nicht vergessen, Portainer läuft einfach über den Socket und Portainer kommuniziert nur über den Socket mit dem ganz normalen Docker auf eurem System. Ich glaube, ich hatte es eben vergessen, deswegen schiebe ich es jetzt hier sicherheitshalber nochmal ein. Wenn ihr einen einzelnen Container upgraden wollt, das ist echt einer der tausendsten Fragen, die bei mir hier immer wieder auflanden, wenn ihr einen einzelnen Container habt, einfach auf den Container gehen und dann könnt ihr hier wirklich sagen, recreate, alle Settings, alles wird so wie es ist, einfach nur übernommen. Der Container wird gelöscht, neu gepullt, wenn ihr diesen Haken hier setzt und dann halt einfach neu ausgerollt, recreate. In unserem Fall, ja, macht das, macht das nicht, auch er macht das, obwohl es in einem Stack drin ist und dann holt ihr sich das neue File und das ist die Sache mit erledigt. Wenn wir jetzt auf der linken Seite einfach mal die Liste weiter durchgehen, da könnt ihr nochmal so ein bisschen nachvollziehen, was halt die ganze Zeit in eurer Umgebung so passiert. Volumes werden erstellt, Netzwerke werden erstellt, guckt auch da zwischendurch rein, obwohl ich euch gesagt habe, lasst es erstmal so standardgemäß immer auf Default. Da kann man echt schöne Settings machen, von wegen auf dem Host, direkt eine IP-Adresse durch DHCP sich vergeben lassen, aber alles viel zu kompliziert jetzt hier für dieses erstmal standardgemäße Tutorial. Wir kamen gerade von den Events, habe ich gerade schon erwähnt, wenn ihr mal wissen wollt, was ist bei euch auf dem System los, da habt ihr das Ganze. Und in einem letzten Menüpunkt beim Host, da kann man das Ganze nochmal so ein bisschen fein justieren, wie halt Portena mit eurer Umgebung umgehen soll. Auch jetzt geht es ja schon weiter mit GPU-Settings, brauchen wir aber erstmal nicht. Registries ist vielleicht noch einen kleinen Ticken, der interessant ist. Ihr bezieht ja eure Docker-Container in der Regel aus dem normalen Docker-Hub. Und da ist die Verbindung auch defaultmäßig hergestellt, da kann man sich einfach Container ziehen, auch als Anonymous-User. Und das macht er hier auch standardgemäß. Ihr könnt aber auch euch einfach kostenfrei registrieren, wenn ihr selber Docker-Container irgendwie erstellt. Wer früher oder später mit Docker arbeitet, wird auch früher oder später mal einen eigenen Container erstellen. Dann könnt ihr euch hier ganz einfach mit dem Docker-Hub ganz einfach verbinden mittels eurem eigenen Username und eurem eigenen Access-Token. Und dann könnt ihr auch auf eure eigenen Non-Public-Container zugreifen und diese dort ganz normal in der Cloud lagern. Aber ihr seht schon, mittlerweile ist Portena sehr, sehr businesslike. Ihr seht die Möglichkeiten mittlerweile mit in der AWS-Cloud oder bei Microsoft in der Azure-Cloud, GitLab und so weiter sind halt mittlerweile echt unbegrenzt. Auf jeden Fall nochmal erwähnenswert ist mittlerweile wirklich dieses ganze Thema Security, Roles, wie läuft das Ganze, wenn ich halt eben in einem Team arbeite. Das ist natürlich in der Business Edition nochmal einen Ticken tiefer angehängt. Da kann man nämlich auch, ich wechsle extra mal in meine Umgebung, kann man nämlich auch wirklich schon mittlerweile sagen, alles klar, die Benutzer können sich halt eben über bestimmte LDAP-Authentifizierung-Server einloggen. Da unten habe ich es gerade gefunden unter Settings, seht das hier, da kann man jetzt wirklich sagen, über LDAP, also ihr habt eine ganz normale Microsoft-Domain und könnt halt eben wirklich jetzt dann Portainer hier reinhängen, die User in entsprechende Gruppen kleben und über ihre Gruppenrechte nachher und die Rollen halt eben sagen, was können sie denn hier machen? Können die Container ausrollen? Oder, und jetzt kommen wir so eigentlich schon zum letzten Point, den ich erwähnen will, können die vielleicht auch nur irgendwelche Vorlagen halt eben ausrollen und dann natürlich vielleicht auch limitiert mit wie vielen Containern. Apropos Vorlagen, da will ich jetzt nochmal zum letzten hin, wenn ihr einfach mal noch so ein bisschen rumspielen wollt. Es gibt auch erstmal standardgemäß schon mal Vorlagen, die in Portainer drin sind, wie hier zum Beispiel jetzt einfach so ein Web-Server, da könnt ihr einfach draufklicken, könnt dem Ganze hier einen Namen geben, Web-Server, der wird bei mir jetzt hier nicht starten, weil Port 80 belegt, und dann deployed er einfach euch einen Engine X Web-Server. Und so könnt ihr auch selber einfach Templates anlegen und diese dann halt eben Benutzern zur Verfügung stellen, aber ich glaube auch das ist jetzt für euch Homelab-User erstmal zu viel. Ich denke mal, das sollte erstmal eine Information jetzt reichen. Ihr wisst auf jeden Fall, Installation, Upgrade der Portainer-Umgebung selber, Upgrade oder Update der einzelnen Container-Umgebungen selber. Wie kann ich troubleshooten, wenn irgendwas ist? Denkt zurück an die Logs, denkt zurück an die Konsole und denkt immer daran, auch euer Hauptsystem, wie hier euer Barebone-System, einfach aufzuräumen, mal alte Lastdaten, wie alte Images, alte Docker-Volumes, vielleicht auch alte Netzwerke halt eben einfach rauszulöschen, um dieses ganze System sauber zu halten. Und viel wichtiger noch, sagte ich ja gerade auch, Docker-Volumes, denkt auch einfach mal dran, auf eurem Hauptsystem, die Docker-Volumes in euer Backup-System mit zu berücksichtigen, weil momentan liegen die halt nur hier bei euch auf eurem System als einzelne Files ganz normal drauf und werden halt noch nicht gebacked. Soviel jetzt erstmal zum normalen Anfängerkurs, ja, Portena, wie installiere ich das Ganze? Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einfach mal einen Daumen hoch lasst hier unter dem Video und natürlich diesen Kanal hier abonniert. Ich bedanke mich recht herzlich, macht's gut, bis dahin dann, ciao. – Sous-titrage ST' 501– – Sous-titrage ST' 501–